Ich kann es nicht gehen Ich hab' so much left to say Moin neile Was geht da? Der Justin ist hier und so Mit dem Wo ist er? Da hinten mit dem Wie war's dann nochmal? Rocksektos oder so Ja genau mit dem Leon Wir sind heute in Splique beziehungsweise One at the Chamber. Wir machen mehrere Folgen heute. Ja. Und der liebe Leon, der hat einfach sich mal in den Kommentaren erwähnt. Er würde mal gern mitspielen. Und da habe ich einfach mal so gesagt, ja komm, erfüllst du ihm doch mal den Wunsch, weil ich hatte auch jetzt eher mal Bock, was mehr mit der Community zu machen. Deswegen. So, Splique hier ganz einfach. Oh, wer es nicht kennt. Ist sowas wie Mattenkönig. Kennt man vielleicht noch aus der Grundschule oder so. Muss man das so hier machen. Und ja. Leon hat jetzt ewig keinen Minecraft mehr gespielt, genauso wie ich. Das passt dann eigentlich. So wird zwei völlige Noobs drin. Lebst du noch? Ja. Das ist gut. Ja, der Leon, der hatte sich ja wie gesagt in den Kommentaren erwähnt, dass er mal gerne mitspielen wollte. Eigentlich wollte er CSGO mit mir spielen. Oitsch! What the fuck? Ähm. Aber ich habe CSGO jetzt eigentlich so aus dem Kanal das mal rausgelassen, weil äh ja, lief einfach irgendwie nicht. Also keiner hat es geguckt. Das hatte acht Aufrufe. Und dafür, dass es dann 30 Minuten geht, ist es einfach viel zu viel Aufwand dafür. Deswegen haben wir uns jetzt für Minecraft entschieden. Aber du hattest ja uns eigentlich ganz anders gefunden. Leon, du hattest uns wie gefunden? Wie war das? Das ist Zufall. Ich habe nach CSGO Let's Place geguckt und habe euren Kanal gefunden. Genau. Das war eigentlich durch CSGO. Deswegen. Ja. Guckst du eigentlich in unseren anderen Videos oder hast du nur CSGO geguckt? Also bisher nur CSGO. Ja gut. Dann ist das ja super, dass wir jetzt Minecraft spielen. Fynn ist auch mal ein anderes Spiel. Ähm. Du bist immer noch im Leben? Äh, nein. Ich bin tot. Bin ich der Let's See? Hier? Nee. Ich weiß gar nicht, wie viele hier noch sind. Elf Stück. Ach so, das ist die rechte Anzeige da. Ja, ähm. Was jetzt auch, also eigentlich haben wir so einen Projektplan, wie wir was aufnehmen und so. Der ist momentan total in der Hose. Da nimmt jeder auf, was er will irgendwie gerade. Weil, ja, keine Ahnung. Scheiße, jetzt bin ich auch raus. Weil, öps. Nein. Wiederbeleben. Genau. Ähm. Ja, wie war das? Was soll ich dazu sagen? Ja, also, weil jeder jetzt hier irgendwie weg ist und nicht aufnehmen konnte und so, dann haben wir Ersatz gemacht. Ich habe jetzt zum Beispiel diese, zweimal dieses Mobile-Testing da gemacht, was aber auch sehr viel Aufwand war mit diesen Spiegelreflexkameras und so, das da aufhängen und so bla bla bla. deswegen bringe ich jetzt einfach irgendwas immer mal. Ich habe jetzt für CSGO jetzt mal Altes angefangen. Altes sagt dir was, oder? Ja, ja, jetzt habe ich schon 350 Stunden gespielt. 350 Stunden? Ja. Ja, gut. Ich habe 300 Stunden. Es ist heute seit der ersten Folge rausgekommen. Ja, habe ich gesehen. Ja, dann könnten wir das auch mal machen, ne? Ja, 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 ein Problem bei meinem Laptop. Ach so, schon wieder. Ja. Ja, Leon hat ein Laptop, bei dem funktioniert irgendwie nur CSGO, aber mein Kopf funktioniert jetzt doch irgendwie. So, wo war ich denn stehen geblieben? Ja, genau, habe ich als Altes gemacht und ich warte ja noch heiß begehrt auf den Landwirtschaftssimulator, das ist ein Farming-Simulator 2015, hat eine gute Bewertung jetzt schon auf der Gamescom bekommen, so wie ein hohes Nachfrageaufkommen. Der soll anscheinend nicht so schlecht sein, den werde ich auf jeden Fall mal anzocken, mal schauen, was sich daraus ergeben wird. Ich habe noch nie einen Landwirtschaftssimulator gespielt, aber dachte mal, ja, wenn man mal groß rauskommen will, muss man ja auch mal was hier testen, dafür die Zuschauer, dass man auch mal was hier rausbringt, was Leute sehen wollen, also vielleicht auch mal zur Inspiration, ob die sich das vielleicht auch mal gönnen wollen. Leon hat schon gedacht, so, oh mein Gott, ne? Ja. Oder wie war deine Reaktion nochmal darauf? Uff. Also du magst nicht so wirklich Simulationen oder sowas, ne? Ne, ich bin eher so auf Shooter oder so. Ja. Wir sind jetzt hier so ein Kanal, irgendwie machen alles irgendwie, ne? Also haben wir Shooter drin, wir haben, ja jetzt kommt ja noch FIFA 15 rein, dann haben wir so Battles, dann haben wir Minecraft, dann haben wir Sims, also alles so irgendwie von Action bis so gechillt. Und dachte, na, das ist Simulationen, also wenn du da mal so 10 Folgen reinbringst, um das mal so zu testen, glaube ich, geht das schon mal. Was war das denn? Irgendwas hat gerade bei mir richtig gejault im Garten. Ach, das ist meine Katze vor der Tür, ups. Ja gut, ähm, wollen wir jetzt noch hier abwarten, oder sollen wir schon mal in die nächste Lobby rein? Ja okay, dann gehen wir einmal auf, äh, wie macht man das denn? Da, mit, ja genau, mit dem Slyball. Dann lass uns mal schnell in die Lobby 13 hoppen direkt. So, da ist er auch wieder hier, der Leon. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir stehen geblieben waren, ne? Ist auch egal. also ich schreibe morgen meine Mathearbeit, juhu, darauf freue ich mich so, so toll, ja. Wie läuft es bei dir in der Schule so? Äh, äh, Bärer, äh, denen geht es auf jeden Fall gut, ja. Bist du Realschule, oder? Äh, was? Hauptschule. Ach, Hauptschule, achso. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ich bin auf dem Gümmi. Bärer in unserer Klasse, äh, die rasten schon manchmal aus. Ich raste wohl eher bei den Lehrern immer aus, die regen mich manchmal so auf, ne? Ich hab manchmal, ich hab schon, glaub ich, zweimal in meiner Schullaufbahn richtigen Ausraster vor den Lehrern bekommen. Einmal in Biochemie, weil ich die Note nicht rechtfertigen konnte, weil die immer meint so, ja, schreib ausführlicher und so und alles. Mach ich und so ein Dreck, ne? Alles mach ich. Und die meint so, ja, da schreibst du immer ums selbe Thema rum. Was soll ich machen, wenn sie sagt, ausführlicher, ne? Also, so, da hab ich so einen halben Ausraster gekriegt und irgendwie, dann war da, glaub ich, noch mein Englisch oder so, daran kann ich mich mal dran erinnern, nur so grob. Ah, und morgen krieg ich noch Lateinarbeit wieder. Das freut mich noch mehr. Oh, Alter. Was ist bei dir? Ja, Latein wird erstmal so, oh, ja, gut. deswegen hab ich noch geguckt, ob ich die Aufnahmen noch schnell reinkriege, weil es kann sein, dass ich morgen niemanden PC kann. Deswegen, ich hab alles schön vorproduziert. Ach du Scheiße, was ist das für eine kleine Map? Weeps. Na, ich verabschiede mich mal nach unten. Geh freiwillig runter, Alter. Ja, ich geh auch freiwillig runter, das meistens sogar schlauer. Oh, ich hab krass leck, ich hab mich selbst runtergehauen. Ja, Alter, ich bin ganz nett so, Alter, das leckt voll bei mir gerade. Ja, bei mir auch, wegen dem TNT. TNT! Der TNT hat, ich hab gerade recht. Ich renne einfach, einfach rennen. Ich bin raus. Wo bist du denn? Mal schauen, ob ich dich finde. Da bist du. Ja. So, das ist auch das zweite MyKauf-Video erst von mir. Ich hab ja das Albers mit dem Sammelspieler gemacht, wo ich hart am Lümmeln war. Wortwörtlich eigentlich. So, es sind nur noch vier, vier da. Kannst du's schaffen. Du bist da eigentlich alleine auf deiner Seite, nur noch der Rechtser. So, auf links kommt jetzt einer gleich. Nicht, dass der dich da rüber haut. Ja, genau, der beschießt dich. Einfach laufen, lauf einfach weg von dem. Ähmt er dahinten, ey. Nein! Schade. Äh, gut. Ähm... Da würde ich sagen, wir wechseln wir noch einmal die Lobby. Einmal geht noch. Einmal geht noch. Dann lass mal wieder in die Zwölf rein. Einen hin und her, einen hin und her. Wenn die lehren. Mhm. So, aber auch wenn ihr mal Bock habt, hier irgendwie mit zu zocken oder so, schreibt's einfach mal in die Kommentare. Ich mach eigentlich gerne sowas mit der Community. Einfach mal zocken, weil ich liebe es eigentlich, so eine aktive Community zu haben, wo mal Kommentare kommen unter Videos und so und das und das. Ich mag's einfach nicht irgendwie so, eine Community zu haben, die einfach nicht mitmacht. Ich find's eigentlich geiler, wenn die Leute sich auch mal trauen zu fragen, ob sie mitmachen können. Ich bin nicht so einer, der dann keinen Bock darauf hat, der gar nicht mehr darauf antworte. Ich antworte eigentlich immer. Es könnte aber manchmal sein, dass ich mal nicht antworte, denn wir haben den Kanal natürlich zu viert. Heißt, wenn einer auf unsere, mit unserem YouTube-Account auf der Website YouTube ist, dann nach oben rechts auf diese Klingel drückt, wo dann schon angezeigt wird, dass Kommentare waren, dann krieg ich es natürlich nicht mehr auf meinem Bildschirm angezeigt, wenn ich danach komme. Dann ist diese Klingel weg. Heißt, ich bemerke es erst dadurch, dass es mir einer sagt oder ich irgendwie zufälligerweise auf dieses Video dann stoße. Momentan ist es eigentlich so, dass ich der Aktivste bin, weil der Nils ja im Urlaub ist, der Moritz mit seinem eigenen Kanal was macht auch und Niklas, der hat PC-Probleme. Also deswegen, momentan bekomme ich es eigentlich alles mit. und ja, sind wir am Rande. Oh, jetzt dauert das noch ewig oder was? Leute, machen wir es schneller da. Seit wann spielst du eigentlich Minecraft, also seit wann hast du das? Seit zwei Jahren. Zwei Jahren. Ich habe bei der Version 1.0.0 angefangen, das weiß ich noch. Ich weiß nicht, wann das war. Bei der 1.5 angefangen. Oh, dann spiele ich sogar schon länger. Ich habe eigentlich gedacht, ich wäre ein später Einsteiger von Minecraft gewesen, aber ich muss sagen, damals in Minecraft ganz neu, das war so ein geiles Spiel eigentlich. Was es da alles zu entdecken gab. Du wusstest nichts über Minecraft, wusstest gar nicht, wie was geht. Das hat so Spaß gemacht. Aber mittlerweile, nee, irgendwie, das ist, hm, weiß nicht, alleine macht es keinen Spaß mehr. Ey, das ist aber unfair. Manche spawnen da oben und manche hier unten. Ja. Halt, okay, ne. Huh! Renn! Oh, scheiße. Sag mir nicht, dass du schon runtergefallen bist. Äh, noch nicht ganz unten. Ach du, ich dachte schon, Ups, ich habe es auf dich geschossen. Du musst aber stehen, Junge. Ah, nein. Ich weiß gar nicht, ob man hier unten drunter noch safe ist. Oh, ich habe noch ein paar runtergekickt. Ich freue mich. Ey, der hat einen alten Skin von mir. Wir hatten damals schon mal einen eigenen Minecraft-Server. Und da, derzeit, hatte ich den, ahne. Aber ich hatte damals... Nee, 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 vergiss es. What the fuck war das denn? What the fuck? Alter, Alter, Ich will kein Kürbis. Ich mag keine Kürbis. Äh, die verfolgen mich alle irgendwie. Wie viele Tokens hast du? Könnte ich gerade nicht sehen. Steht unten links in meinem Chat irgendwie alle, wenn einmal eine... Ich habe 1617. Oh, das ist mehr als ich. Ich habe 1260. Ich bin total last. Da noch ein runtergekickt. Könnt mich mal. Sieben Leute noch. Sind die oben oder so? Wo sind die? Ja, meistens schon. Unsichtbar. Das ist ja unfair. Ey, Leute. Macht's nicht. Ah. Was ist das denn? Das ist ja lustig. Ah, ich kann's hier aufsammeln. Wo sind die denn alle? Einfach mal nach da hinten. Wo sind die denn? Ups. Weil sowas ist einfach immer clever, einfach immer weiter zu können. Ja. War leider auch mein Fehler. Da ist er down. Ich habe erst voll das gute Gefühl gehabt. Aber gut, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, bewerten, kommentieren. Nicht vergessen, meine aktive Community. und dann könnt ihr uns noch kostenlos abonnieren, damit ihr kein einziges Video mehr von uns verpasst. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Das habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Aber zweimal hält besser. Leon verabschiedet sich auch, ne? Ja. Genau. Also, haut's rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Justin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020